Ich kann eigentlich gar nicht glauben, was für ein monumentaler Moment jetzt gleich sein wird. Ich auch nicht. Es wird die erste Aufnahme von Sascha und meinem. Okay, ich darf nicht Podcast sagen, weil es ist ja kein Podcast. Wir haben das Geheimratseck aufgebaut. Heute wird die erste Episode produziert. Ich persönlich bin hier in diese ganzen Utensilien noch nicht eingeweiht. We will see. Fitness is my life. It's my life. Wir wollen heute mal ein bisschen meine Routine zeigen und auch über meine aktuellen Probleme im Fitnessbereich sprechen. Guck mal, wie ernst der geworden ist auf einmal. Sing bitte einmal kurz It's my life. Wir werden jetzt einfach mal kurz ein, zwei Dinge durchgehen, wie ich es gerade so mache. Wie ich so trainiere, wie meine Form aktuell aussieht, haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Und ihr wisst ja, Fitness ist seit je und je, eigentlich seit mehreren Jahren, Bestandteil auch irgendwo von meiner Persönlichkeit. Erstmal Shoutouts gehen raus ans Powerhouse hier in Stuttgart. Kurz ohne dieses ganze Scheiß gelasert. Bei mir ist gerade das Problem gewesen. Ich war in den letzten anderthalb Monaten ungefähr. Habe ich mit Gym technisch sehr unstabil abgerissen. Das liegt bei mir daran. Ist eine dumme Ausrede. Ich bin in einem Fitnessstudio bei mir im Dorf, weil ich wohne im Dorf. Es ist dort einfach immer ultra full. Die Geräte sind nicht so geil. Es ist eine Ausrede, ich hätte gehen können. Ich weiß, ich war anstattdessen dann immer sehr viel joggen. Nichtsdestotrotz habe ich mich jetzt dazu entschieden. Ich habe gemerkt, der Oberarm ist kleiner geworden. So kann es leider nicht weitergehen, Leute. Ich habe mich jetzt wieder dazu entschieden, aktiv meinen Tagesrhythmus ein bisschen umzustrukturieren, ein bisschen disziplinierter zu werden und natürlich auch wieder ins Fitnessstudio zu gehen. Aktuell habe ich einen Push-Pull-Beineplan. Trainierst du heute wirklich oder machst du so Fake auf Kamera so mäßig? Ja, ich habe krasser Gym. Ich mache jetzt ein Fake-Training, aber verkaufe es als echtes. So, wir fangen an mit der ersten Übung. Wie fühlst du dich? Ich muss tatsächlich sagen, ich bin schon ein bisschen am Arsch. Das ist aber echt eine geile Funktion, das ich mal vor... Also ich mal kein Scheiß, das kann ich mal benutzen. Ja, das kann ich mal kurz zeigen. Also man kann jetzt einstellen vor dem Training, wie K.O. man sich fühlt und je nachdem passt sich auch dann das Training an. Weil wenn du jetzt, sag ich mal, wirklich komplett vermuskelkatet bist, Beine sind am Arsch, du fühlst dich nicht fit, hast wenig gepennt, dann gibt der Plan dir natürlich auch dementsprechend weniger Intensität. Ich meine, wenn Rückentag ist, ich freue mich extrem auf diese Maschine. Das ist eine ganz spezielle Heust-Maschine, die hat so einen nice Bewegungsablauf. Fast ein bisschen an, so mäßig so sportlich. Das war's mit dem Training, Leute. Was ich auch noch geil finde, ist, man kann hier auf Einstellungen auf Gewichte gehen. Und man kann hier einstellen, wo das Gewicht startet. Zum Beispiel bei Maschinen, wo die Gewichte vorgegeben sind, könnt ihr einfach eingeben, es startet zum Beispiel mit 10 Kilo. Schritte von 10 Kilo zum Beispiel. Da könnt ihr natürlich auch zum Beispiel 7 eingeben oder jede Zahl. Also ihr könnt die komplett individuell nach der Maschine aufgestalten. Ich mach jetzt kurz ein Formcheck, nachdem ich anderthalb Monat sein, ich im Fitnessstudio brauche. Leg mal dein scheiß Handy weg, du Pisser. Ich hab den Oberarm schon einiges abgebaut, der KFA ist ein bisschen nach oben. Und wie hast du die letzten drei Monate studiert? Die letzten anderthalb Monat fast gar nicht. Okay. An der Zahl, vielleicht drei oder vier Sessions. Man sieht ja, also du bist schon flach und so. Ich bin flat geworden. Du hast lieber aufgepumpt vor Closing. Nee, ich zeig dir echt eine echte Form. Achso, du machst so wie diese Instagram-Frau ohne Filter, ohne dies. Ich zeig dir eigentlich schon mal, diese 80 Kilo habe ich früher so zum Aufwärmen gemacht. Juli Eko, danke dir an der Stelle nochmal. Die Dior-Flasche ist mittlerweile im ganzen Office ein absolutes Meme geworden. Es schmeckt viel besser. Ich fühle mich auch viel mehr vitalisiert durch dieses Dior-Ding. Also hier bin ich in Aket, wegen diesem Thema von vorher nochmal. Ja, warte, wegen dem Thema von vorher nochmal. Schade, wir konnten früher noch ein bisschen an ein paar andere Stellen zoomen, das haben wir jetzt weggemacht. Sehr, sehr schade, dass wir das weggemacht haben. Aber jetzt sieht man hier auf jeden Fall die genaue Ausführung. Kim und ich sind bestimmt nicht die besten Leute, wenn es darum geht, euch unsere Produkte aufzuschwatzen. Aber wir müssen sagen, da wurde schon sehr viel Mühe reingestellt. Es ist einfach Anspruch, das selber zu benutzen. Du hast alles unter einem Dach. Nehmen wir jetzt mal an, der Gym ist gerade voll, okay. Die nächste Übung ist Mid-Back. Und ich sehe... Wasser. Da ist ein Wichser dran. Dann sage ich, okay, mache ich so das Bizeps. EZ ist gerade frei und dann kann ich anstattdessen Bizeps machen. Also ihr seid ja wirklich auch individuell in der Gestaltung. Was sehr krass mal in letzter Zeit bei mir, was mich auch wirklich nach vorne gebracht hat, auch so vom Kopf her, war wirklich Cardio zu machen. Fand ich echt gut. Also ich werde auch jetzt... Das ist krass Feeling. Es ist was ganz anderes als Krafttraining so. Aber ich muss echt sagen, so hin und wieder mal eine Runde joggen gehen oder irgendeine Art von Cardio zu machen, das echt sollte man auf jeden Fall tun. Ich melde mich immer wieder aus dem Auto. Ich gehe übrigens immer hier ins Auto, weil ich hier einfach irgendwie kurz mal so einen Moment habe, wo ich für mich reden kann. Das ist jetzt kein klassisches Inscope Lifestyle-Video gewesen. Ich habe einfach gedacht, ey, lass ein bisschen was filmen. Für MCI natürlich auch. Und mal wieder ein bisschen was auch vom Sport bringen. Aber ich bin offen und ehrlich mit euch. Ich befinde mich gerade mal wieder in einer nicht so geilen Phase. Ich habe dieses Mal Privatsituationen, die einfach nicht so cool sind. Bei mir läuft einfach in meinem Privatleben gerade nicht alles so, wie ich es gerne hätte. Das sind aber auch viele Themen, die meiner Meinung nach nichts in der Öffentlichkeit zu suchen haben. Deswegen möchte ich euch einfach nur darüber informieren. Wenn ihr mich vielleicht irgendwo mal in Zukunft ein bisschen down seht oder wenn ich im Stream einfach nicht so gute Laune habe oder sowas, dann liegt es einfach daran, dass ich auch nur ein Mensch bin, der auch Probleme hat, die er lösen will. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. Thema Sport ist für mich gerade eine ganz, ganz wichtige Sache, weil Sport lässt einen positiv denken, lässt eine Perspektive geben für die Zukunft. Deswegen nehmt das mit, wenn ihr Bock habt, nach dem Video vielleicht euch mal MCI anzuschauen. Heute ist der letzte Tag, an dem der Rabatt 50% mit dem Code LATZO gilt. Ich habe euch in der Beschreibung alles nochmal verlinkt. Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Haut rein, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.